Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute ist der Freitag, der 22. Januar, hätte ich fast gesagt, Februar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 568 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch. Bixby Button, Apple Pay-Kritikkarte, 383 Millionen, Fritz Repeater, Paypal, Model 3 und LG Smartphones. Ich beginne bei Bixby und wie schon in den letzten beiden Tagen habe ich heute auch wieder ein Samsung-Thema. Die neuen Smartphones, die Samsung vorgestellt hat, aus der S10-Linie, haben wie seine Vorgänger auch auf der Seite einen Bixby-Button. Dann heisst einmal gedrückt und schon startet der Sprachassistent von Samsung. Das war bei den Vorgängermodellen immer so ein Ding. Mit irgendwelchen Hicks-Hacks konnte man das Ganze umgehen und dann hat Samsung wieder nachgebessert und das unterbunden. Neu ist es jetzt so, beim neuen Modell, also eben beim S10 und den vier verschiedenen Modellen, könnt ihr das Ganze deaktivieren oder andersweitig belegen. Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Vielleicht schafft Samsung es auch für die alten Geräte, das via Update einen der nächsten auszurollen. Wäre sicherlich nicht verkehrt, vor allem da es in gewissen Ländern halt immer noch kein Bixby gibt. Apple Pay mit einer eigenen Kreditkarte. Das Gerücht, das gibt es schon seit längerem und schwirrt auch aktuell wieder ganz stark rum. Denn damals hiess es, dass im 2019 das Ganze soweit sein will. Goldman Sachs, die Bank, ist da schon lange im Gespräch als möglicher Partner von Apple, die eben diese spezielle Kreditkarte dann zur Verfügung stellt. Die wird dann auch ziemlich tief ins Apple Wallet integriert und bietet ein paar Zusatzfunktionen, wie Cashback und andere Möglichkeiten. Wir dürfen gespannt sein, die Gerüchte besagen ja Ende März ein Event voraus. Vielleicht auch erst zur WWDC und oder auch erst im Herbst. Wir werden es sicherlich irgendwann erfahren. Aber sicher wird es so sein, dass die Goldman Sachs Karte sicherlich nur für die Staaten fähig sein wird. Da wird die Hoffnung gross, dass Apple das schweizweit, hätte ich jetzt fast gesagt, weltweit ausrollt, womit man dann eben halt diese ganzen doofen, komischen Banken umgehen kann, die sich verweigern bis heute Apple Pay und Google Pay und solche Geschichten einzufädeln. Laut Loop Ventures sollen auf 383 Millionen iPhones, genau in Prozent sind das 43 Prozent, Apple Pay installiert sein, aktiviert sein, sodass diese das nutzen könnten. Das ist natürlich eine heftige Zahl und wenn dem so ist, dann sind die Banken, die ich vorhin genannt habe, aber noch mehr Unterzugzwang, da jetzt endlich was nachzuliefern und auch anderen Kunden die Möglichkeit bieten, ohne die doofen Umwege über Pre-Pay-Kreditkarten und so weiter auf Apple Pay zurückzugreifen. Mal schauen, wie es kommt. Nicht nur Smartphone-Hersteller wie Samsung zeigen schon vorab die ganzen Geschichten, was sie an der MWC präsentieren möchten. So ist es auch passiert beim deutschen AVM, also dem Modem und Fritzboxen, meistens unter Fritzboxen bekannten Hersteller. Die haben jetzt nämlich vier neue, besser gesagt drei neue Repeater vorgestellt. Neben dem 3000er Modell, was der Achim und ich an der IFA schon bestaunen durften und worauf wir sehnsüchtig warten, kommt noch ein 2400er, 1200er und ein 600er Modell dazu. Was die ganzen Modelle speziell können, habe ich in einem Beitrag auf Digital Daily verlinkt, da könnt ihr das Ganze nachlesen und wir, das heisst der Achim und ich, werden uns die drei Produkte nächste Woche sicherlich anschauen gehen und dann auch ein kleines Video dazu machen. Alles wie immer schön verlinkt in den Shownotes zum Nachlesen, wo das Ganze dann schlussendlich kommt. PayPal hat ja schon länger herausgestochen durch seinen Käuferschutz. Da hat man eigentlich zehn Tage Zeit, um quasi Reklamationen anzubringen, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Diese zehn Tage werden jetzt variabel ausgedehnt. PayPal nennt das Ganze dem Fall entsprechend angepasst und somit bringt PayPal noch mehr Flexibilität und noch mehr Schutz für den Kunden mit. Das Ganze tritt in Kraft mit dem 29. April 2019, wenn die ganzen neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft treten. Logischerweise bei all den ganzen Konkurrenzmöglichkeiten, die es mittlerweile gibt, muss PayPal ein bisschen aufholen und das tun sie auch. Wir haben doch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal über Neuigkeiten aus dem Hause PayPal berichten können. Schöne Neuigkeiten gibt es auch von Elon Musk, genau gesagt von Tesla. Denn da hat man offenbar die 200.000er Marke geknackt. Heisst, vom Model 3 sollen mittlerweile 200.000 Modelle gefertigt werden. Auch hat er verlauten lassen, dass man in diesem Jahr es auf 400.000 Fahrzeuge, da rechnen wir wahrscheinlich nicht nur beim Model 3, sondern von allen Modellen, ausliefern möchte. Das heisst aber, dass man die Zahl von 10.000 Elektroautos pro Woche bauen, immer und immer und immer wieder mal regelmässig einhalten muss, damit man dann auch auf die Zahl kommt schlussendlich Ende des Jahres. Es wird spannend und ich freue mich für Tesla, dass es da vorwärts und vor allem im Guten vorwärts geht. Zu guter Letzt habe ich noch was letztes. Ein Smartphone, genau gesagt drei Smartphone-Modelle sind das. LG hat kein Presse-Event im WC und bringt somit auch die Neuigkeit vorab schon in die Runde. LG bringt ein Q und eine K-Serie-Smartphone-Reihe raus. Das Q ist das grössere Modell, Q60, dann K50 und K40, zweimal mit 6,26 Zoll und einmal mit 5,7 Zoll Display, 3.500 mAh und 3.000 mAh Akku plus Triple-Slot für Dual-SIM und SD-Karten und weitere technische Details dazu könnt ihr nachlesen im verlinkten Beitrag auf Digital Daily. Auch da werden wir natürlich nach Möglichkeit in der nächsten Woche die Modelle ein bisschen genauer anschauen und ein kleines Hands-on oder was auch immer dazu drehen. Müssen wir noch schauen, wie wir dazukommen. Ja, das war's mit der Woche. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen schonen. Ab Samstag geht's dann los in Barcelona und dann gibt's, ja, Daily jeden Tag. Es gibt Geek Talk TV-Folgen, es gibt Blog-Posts auf dem Pogipsi-Blog, auf dem Digital Daily-Blog. Ihr werdet auf jeden Fall einiges von uns hören rund um den Mobile World Congress in Barcelona dieses Jahr. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Reinhören. Nächste Woche hört ihr uns beide, aber bis dann schon mal ein schönes und angenehmes Wochenende euch. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!